Die dritte Liga live bei Magenta Sport präsentiert von B.Win. Der MSV Duisburg empfing die zweite Mannschaft des FC Bayern München für die beste Heimmannschaft der Liga. Was die Chance mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft klar zu machen. Den ersten großen Aufreger gab es an der Seitenlinie da unten vor der Duisburger Bank. Richards checkte Mikkels auf den Boden. Es gab keinen Freistoß, keine gelbe Karte. Und dann gegen Torwarttrainer Sven Beukert die Gäule durch. Hier schoss er den Ball Richtung Richards. Das geht natürlich gar nicht. Und deswegen bekam er von Schiri Osmanagic zu Recht rot. Aber auch Richards hätte gelb kriegen müssen für dieses klare Foul. Bekam er aber nicht. Der MSV Duisburg in der Summe die bessere Mannschaft. Vermeij setzt sich durch gegen Mai. Vermeij und Albutat mit dem 1 zu 0 in der 31. Minute. Die verdiente Führung für den MSV. Achten Sie auf die Nummer 15 der Bayern. Der junge Lasse Mai hätte hier konsequenter hingehen müssen. Vermeij setzt sich durch. Hat den Glück für Albutat. Ein schönes Tor für die Gastgeber, die auch in der Folge zeigt. Die bessere Mannschaft war ein Spielverlagerung. Richards kriegt den Ball da nicht weg. Und dann kommt der Mikkels. Wurschtelt sich durch. Mikkels von Richards. Kommt der Ball zu Vermeij. Und das Flipper-Tor ist perfekt. Advent, Advent. Das zweite Lichtlein. Brennt für den MSV an diesem Adventssonntag. Vermeij. Das erste Tor hatte er vorgelegt. Das zweite erzielte er mit einer Portion Dusel selber. Pausenstand. 2-0 Duisburg. Hoeneß. Aber Hoffnung war noch da bei den Bayern. Und sie legten zu im zweiten Durchgang. Zink geht rein in den 16er. Und Elfmeterpfiff. Für mich war es ein Faller. Eine Schwalbe. Bevor überhaupt ein Kontakt mit Bitter da sein konnte, geht er zu Boden. Aber es gab den Elfer. Wried trat an für die Bayern. Und er machte das souverän. Occi Wried zum 2-1 in der 55. Minute. Das elfte Saisontor für den Deutschkaner. Spiel wieder eng. Aber Duisburg konterte gut gegen die etwas aufgerückten Bayern. Schön rauskombiniert. Und dann Vermeij. Vermeij auf Mikkels. Pfosten. Und dann Scheppernick mit dem 3-1 in der 67. Minute. Wieder zwei Tore vor für den MSV. Scheppernick sein drittes Tor in den letzten vier Spielen. Duisburg auf Kurs. Herbstmeisterschaft. Aber hinten raus wurde es dann doch noch mal eng. Weil die Bayern wieder kamen. Zirkzee und Wried mit seinem zweiten Tor. Sein zwölftes insgesamt in dieser Spielzeit. Zum 3-2. Noch mal Anschlusstreffer für die Bayern. Aber dieser kam zu spät. Endstand 3-2 für den MSV Duisburg. Der MSV ist Herbstmeister. Wir haben ein super Spiel gemacht. Wir als junge Mannschaft gegen den Tabellenführer. Gut gespielt. Leider unglückliche Gegentore kassiert. Bei den ersten zwei waren irgendwelche Flipperdinger. Dritte Pfosten abgefälscht. Glück war nicht bei unserer Seite heute. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Mir heute total wichtig war. Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen heute wirklich diese kämpferische Haltung an den Tag legen. Und da muss ich sagen, mit den Personalsituationen, die wir hatten heute, bin ich hoch zufrieden. Aber trotzdem jetzt nah am Spiel auch ein bisschen angespannt. Der MSV gewinnt sein achtes von neun Heimspielen. Duisburg ist nicht nur Herbstmeister, sondern vor allem ein überzeugender Herbstmeister.